Sonst war ich ja auch schon mal über die 45, um es nach meiner Art sagen, aber das kannst du ja auch klemmen, ja, wenn ich dann auf die 45 bin nach Hagen Süd, dann bin ich ja schon in Kirsberg, je nach, das geht hier oben rum eigentlich ziemlich easy, aber so gekürzt ist der Weg und, sag mal so, man fährt so, oder so eine Stunde, naja, ich bin ja gleich schon wieder hier, wo es Richtung Förde geht, hier Oberbauer, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Kiffe hier alle heißen, Rekker, Feld, Dill, oder was. Ja, da wirst du eh in dir einigermaßen vernünftig funktionieren. Ja, im Moment bin ich noch über den Ort, ja, da hab ich ja nur das DP 3600 im Auto, man weiß nicht, macht ja nur 4 Watt oder so. So, ja, klar, ja, genau der, die ist ja jetzt auch um 4671, ähm, die hat ja doch eine ganz, ganz anständige Reichweite, das geht ja ganz gut. Ja, also am Hinweis, hab ich hier mit dem Harry noch gequatscht, da hab ich ja den Reflektor weggeschaltet und das geht eigentlich fast durchgehend, das ist nach meiner Zeit. Ja, das hab ich jetzt noch nicht probiert, also ich hab jetzt die Nordhälle bisher noch nicht großartig getestet, in die Richtung komm ich ja dann doch eher selten, ne. Und, ähm, ich hab's jetzt zwar hier programmiert im Auto, aber war ja relativ selten in die Richtung, insofern muss ich da nicht allzu viel machen. Wobei ich könnte das mal versuchen, ob das von Essen ausgeht. Und wicherweise könnte das auch klappen. Ja, muss ich mal testen wollen. Ja, auch keine Ahnung, aber die geht ja richtig schmal. Weil, ich weiß ja, unser Gelegen, was da oben gestanden hat, das ging ja bis zur holländischen Grenze da unten. Da ging das ja auch so, wie hier. Na, und in der immer Richtung, so, wenn da rumgefahren bist, auch so auf der holländischen Seite, der MKV, das ging ja da knall rum. Na, und hier ging's ja ziemlich schlecht in der Gegend, je nachdem, wo man war. Ja, ja, überleg mal, wenn wir damals was von der U.H. hatten, zwei Meter Relais auf dem Turm. Ich mein, so leer haben wir immer noch, aber er steht nicht mehr auf dem Turm. Das ging ja bei guten Bedingungen auch, bis nach Holland rüber. Na, ja, wir sind jetzt wieder der Oma von heute, aber es ist Robert Goldton, da ging direkt neben dem WDR. Und, ja, und dann, naja, wie das dann so ist, es wollte sich keiner mehr so richtig drum kümmern, dass ich das abgegeben. War eigentlich richtig dumm, aber es hat mich aufgeschreckt. Ja, das klötzelste will er nur, kommt nicht mehr allzu viel an. Ich bin aber auch jetzt gleich zu Hause angekommen, Walter. Ich leg's mal beiseite, wir hören uns. Ich wünsche dir noch eine angenehme Restfahrt und, äh, bis das noch ein bisschen später. Vielleicht hören wir uns ja heute Abend, die G8-DCH-Mobil. Ja, bis später einigen, die G6-DCH-63, tschüss.